Wir sollten dagegen, auch dazu gibt es Ratschläge im gesamten Interview zu sehen bei MV Live in unserer NDR MV App. Ja, also, wenn man auf dem Lande wohnt, das tun hierzulande viele, was kann man tun, wenn auf den öffentlichen Personennahverkehr kein Verlass ist? Man kann sich sein eigenes Verkehrsmodell schaffen, so wie das die Gemeinde Gessin im Kreis Mecklenburgische Seenplatte getan hat. Unsere Reporterin Annette Ewen hat es sich angeschaut. Hier in Gessin ist es wie in vielen Orten in Mecklenburg-Vorpommern, der Bus fährt, aber er fährt nicht oft. Montag bis Freitag kommt man von hier dreimal nach Malchin und einmal nach Seedorf, aber halt am Wochenende, da passiert hier gar nichts. Und die Gessiner haben gesagt, das reicht uns nicht und haben die Sache selbst in die Hand genommen. Es gibt hier einen aktiven Dorfverein und der hat sich ein Elektroauto gekauft, das der Gemeinschaft gehört. Und einer der Köpfe dahinter ist Bernd Kleist. Wir stehen hier davor, das Dörps-Mobil, so sieht es aus. Erzählen Sie, Herr Kleist, wie funktioniert das denn? Also neudeutsch wäre es Carsharing. Wir haben ein einfaches Buch, da trägt man sich ein, wann man das Auto haben möchte. Das Auto selber zeichnet auf, das heißt, das wissen alle, die es benutzen. Es werden nicht nur die Koordinaten und die Kilometer mitgeschrieben, sondern auch die Adressen, wo man halt hinfährt. Also es ist kein Auto zum Fremdgehen. Schummeln kann man damit nicht. Und schummeln kann man da gar nicht mit, genau. Ja, und dann, die Aufzeichnung wird einmal im Monat ausgewertet, wird dann per Lastschrift von den Benutzern abgezogen und dann ist die Sache schon erledigt. Also einen ganz geringen Verwaltungsaufwand, damit es auch noch Spaß macht. Was kostet das denn? Ja, wir haben das große Glück, es ist ein Elektromobil, wir haben das große Glück, dass wir den Strom überwiegend im Jahr von der Sonne uns abholen, sodass wir sehr preisgünstig den Strom zur Verfügung stellen können. Das sind ja die Hauptkosten von den Betriebskosten. Und aus dem Grunde haben wir gesagt, also wir sind mit 25 Cent den gefahrenen Kilometer einverstanden. Und dann sehen wir nach einem Jahr, dann machen wir mal Kassensturz, ob das dann auch gereicht hat oder dass wir erhöhen können oder müssen oder umgedreht vielleicht noch preisgünstiger anbieten können. Und dann sehen wir mal Kassensturz, ob das dann auch gereicht hat.